In der Zeit hätte ich hier doch locker schon dreimal. Hm, heller Können. Wenn ich raus bin, falls ich hier rauskomme, verlasse ich sofort. Auf dieses stinkende Gotham City, Mann, ich würd sogar nach Bloodhaven gehen, ist hier besser als hier. Vorsichtig, heck mal. Kann ich hier hin? Was ist mit diesem bescheuerten Riddler los? Hat er nichts besseres zu tun als überall in Arkham City grüne Zeichen zu machen? geht es gut. Gut,stabend. Das kommt doch mal, alter, politische Gefängninn. Echt geht das denn auch, wenn ich die Sachen mache mit dem Kalender? Lauf! Lauf! Wer verknackt uns? Was der bubbelt. Halt's mal. Oh, du bist aber da runtergeklettert, ne? Selbstschutt. Mhm. Halt doch auf! Halt doch auf! Granate! So. Ähm, wir machen folgendes. Hier hin. Okay, wir werden wechseln. Das Ekelhafte nur in dieser Gegend ist echt... Da hat's hier so viel drin. Da hat's hier so viel drin. Hey. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das wirklich der Münz-Telefon-Mörder? Geht mal her. Meine Beute. Ein was? Ein was? Ach, genug Schnee! Ich muss mal aufpassen, dass der, der mich nicht sieht. Was treibt Catwoman hier drin? Du hast meine Beute, gell? Nein! Ach, dann doch der andere? Nee. Warte, 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 warte. Es sind genug eigentlich, die hier rumlaufen. Ich muss sich überlegen, das Tageslicht wieder zu sehen. Moment. Langschai. Drop it. In nicht. Da hinten sind mehrere. Okay. Es ist Catwoman. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wo häng ich denn hier fest? Das war knapp. Hm? Catwoman, is here? Oder so. Oh, da ist ja noch einer. Stop it. Bist du zu feige, um gegen mich zu kämpfen? Ja? Nee, eigentlich nicht. Ich komm gleich runter. Okay, 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 okay. Okay, okay. Du Wildschläge. Ich wusste immer schon, dass du feige bist. Halt's im Maul. Guck mal, jetzt ist sogar die Kombo gleich abgemogen hier. Hey. Nette Klamotten, Catwoman. Warum sind hier noch einmal so viele hier? was ist hier? Ich bin schon mal ein bisschen zu feige. Okay, okay. Was? Oh! Oh, was da ist? Da ist nochmal nochmal hin. in der richtung niemand da drüben wahrscheinlich auch wieder alles ich wusste es bewaffnete typen ja mit sicherheit mit den minen was sind hier so viele bewaffnete typen vorsicht auch bewaffnet ja scheiße gar keine chance jetzt halt auch aufzuschießen ich muss mich ganz überein hier so So lobe ich mir das. Wie viele Beute brauchen wir eigentlich? Okay. Gleich die Hälfte. Da oben? Nein. Gut, dass wir den liebsten sind. Sind ich ne Sammelaufgabe. Finde ich nerviger, wie ich gesagt habe, als... Ey? Als, ähm... Ah, das ist die Riddler-Geschächten. Oh, der ist schon wieder ein verwaffneter Typ respawnt. Ich brauche Beute, wo finde ich Beute? Leute. Hm, da sind ganz viele. Alles, alles bewaffnete, gell? Okay, das wollte ich nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. Guck mal, jetzt hängt die so fest. Ja, fuck you. Was? Das verkleidet so schnell durch Nacht und Wind. Das ist der Batman mit seinem Detektiv-Sinn. Sein Detektiv-Sinn. Johann Wolfgang vom Ghetto. Okay. Ja, das musst du echt nur überarbeiten. Oh, ich... Meine Schultern... Ah, das war echt gut vorhin im Gym. Nee, ich hab' gar nicht gemerkt, dass er so zwei Stunden rumwandelt. Ich hab' gar nicht gemerkt, dass er so zwei Stunden rumwandelt. Guck mal, jetzt kann ich den da weggehen. Guck mal. Hier ist keiner mehr, gell? Von euch hat keiner. Okay, tschüss. Guck mal, ich häng' schon wieder fest. Guck mal, ich häng' schon wieder fest. Guck mal, ich häng' schon wieder fest. Guck mal, ich bin vorbei, vergiss es! Nur zu, Mietze, Lau, versteck dich, du Katzenluder! Wer hat Catwoman reingelassen? Was hat der mich denn gesehen? Nein. Und gut. Gut! Wo ist ich? Ach das war der Joe der da oben hockt. Ich brauch noch weitere Typen mit Diamanten, wo sind die? Das ist Catwoman. Das ist Mol. Hä? Warum werden wir... Ich brauch noch 5 Stück. Warum werden wir keinem angezeigt? Poison Ivy, ich hab die irre seit damals in der Anstalt nicht mehr gesehen. Ich müsste doch eigentlich in irgendeiner Richtung mal im Ansatz Typen finden. Die Diamanten haben oder? Hä? Ich hätte ja auch angenommen, die müssten sich alle Richtung Museum aufhalten. Weil du fest das Museum übernommen hat. Catwoman ist hier. Aber ich hab jetzt bald hier alles abgegrast. Hey, ich versteh's nicht. Wo sind da noch Typen? Wie ist das kalt? Natürlich. Es ist Catwoman. Vorsicht, Catwoman. Nerv mich nicht. Außer du hast Diamanten vor mir. Ein Kampf hier drü... Gelungen ist diese Mission auf jeden Fall nicht. Äh, nö. Hallo? Ich bin gleich tot. Was soll das? Hey, wo sind da noch Typen? Diamanten. Hä? Müsste ich nicht irgendwo mal noch welche sehen? Auf Dächern oder sowas? Wir können auch in der Parkour suchen, weil... Im Gerichtsgebäude war ja Two-Face auch. Halte ich zwar für unwahrscheinlicher nicht. Man weiß es ja nicht. Tatsache? Hier finde ich sogar welche. Was habt ihr denn? Hey! Was? Seit wann dreht er sich so schnell um? Das war ja fast No-Scope hier. Sorry, Kätzchen. Theme Song Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? weiter weg. Von der Mord, den ich sein sollte. wenigstens habe ich fast alle Diamanten mit einmal gesehen. Piss die Schöpfung. Da ist der nächste. Nein, Hund halt's Maul. Ich kümle mich erstmal mit dem da drüben. Rote als Maul, ich bin am Aufnehmen. Ich wusste schon, wie der kommt, da welche Kaspars angerammt. Noch einer? 15 von 16, euer Ernst jetzt. Ah, da oben ist er. Natürlich. Natürlich ist es nochmal ein bewaffneter Typ. Was war das? Hör auf! Ich verliere mir hier den Arsch. Beinahe hätte er mich noch getötet. Das dürfte alles sein. Und, was jetzt mein Mädchen? Ich könnte diese verrückte Stadt verlassen, aber wo bliebe da der Spaß? Aber, wir sind mit Catwoman durch und wechseln wieder zu Bett. Ich wäre sogar mit Batman jetzt auch durch, wenn ich die politischen Gefangenen nicht noch suchen müsste. Oh, das ist doch ein Scheiß. Das ist doch ein Scheiß. Das ist doch nirgendwo was angezeigt, gell? Okay. Da muss ich echt mal was herausfinden. Aber erstmal, was das höchste Gebäude ist. Und sei doch leise. Komm schon, gebt mir politische Gefangene. Der Telefon hat auch schneller gespawnt. Ist das so verdammt gefährlich? Ich würde echt mit den Aufnahmen... Verbiss ich. Ich würde echt mit den Aufnahmen dann zum Challenge-Monster übergeben. Ja! Bad Freak!